So, ich dachte mir, ich teile mal was mit euch, was ich so die Jahre auch schon mal durchgemacht habe. Das ist der zweite Satz Lüfter, der draufgegangen ist. Hier unten brummt es. Ich speichere ein Video. Und, äh... Ja, es brennt an allen Ecken und Enden, möchte ich damit sagen. Handy kaputt, Notebook kaputt, Tastatur kaputt, Maus kaputt. Alles soweit, dass es mehr Sachen löscht, ob meine Telefonnummer einfach hier gewählt wird oder irgendwer aus Versehen gesperrt wird. Also mein Handy macht sich dann selbstständig. Da ist schon Spliss und Kamera drin, auch schon. Ich sehe das in den Filmaufnahmen. Noch geht alles, aber es hängt am seidenen Faden. Und ich wollte damit sagen, ich weiß nicht, wie lange es mich hier noch gibt aufgrund dieser Umstände. Ich versuche da auch Vertrauen, aber ich pfeife auf den letzten noch. Jo. Das ist so meine Welt hier. Ja, und ich kann sie auch mal so zeigen, wie sie ist. Ich habe das schon mal in einem Stream geteilt und gerade leuchtet hier ein bisschen die Sonne rein. Ja, beziehungsweise das Licht. Ich stelle mich mal ins Dreckigen Fenster. So sieht das bei mir gerade aus. Ich habe geschafft, ein paar Strukturen wiederherzustellen. Das war hier echt übel. Fluchtfliegen. Da haben wir hier die Bude übernommen. Hängt auch noch Spinnenweben hier genug. Ich habe auf jeden Fall Spinnenlader. Da sieht man das gleich. Aber wir sind der Gimmel miteinander. Da seht ihr den Schatten, nenne ich mal. Die Linse hat da irgendwo einen Kratzer. Seht ihr das? Das taucht in meinen Videos auf. Davon rede ich. Und ich hoffe, das Ding hält möglichst lange noch. Gestern ist es mir wieder runtergefallen. Das ist mir jetzt schon lange nicht mehr passiert. Das war zu doll diese Woche. Genau, das ist so meine Wohnung. So wohne ich. Meine Zimmerwohnung. Über mir, unter mir, um mich herum. Bis auf Fensterseite Nachbarn. Ich habe meine häusliche Situation oft genug geteilt, dass es hier folterähnliche Umstände sind, in denen ich wahrhaftig wohnen musste. Ich musste mir sehr viel kämpfen und habe mittlerweile auch definitiv mehr Ruhe. Aber ich bin noch so posttraumatisch belastet und es passiert regelmäßig im Hause etwas, was mich zurückwirft. Und wenn ich hier keinen Ruheort habe und im Schrebergarten nicht, dann wird das einfach nichts. Dann funktioniert man irgendwann nicht mit nicht genug Schlaf. Hier ist mein Leben nach wie vor fremdbestimmt von anderen Menschen, wo ich nicht schlafen gehen darf, ob ich durchschlafen darf und wo ich nicht aufzustehen habe. Gott sei Dank darf ich derzeit durchschlafen bis auf die Pinkelpausen. Ich weiß aber nichts, was nach passiert. Kann sein, dass irgendwas das ausgelöst hat, dass ich aufwache und gemerkt habe, oh, ich komme mal auf den Klo. Das weiß ich alles nicht. Aber morgens werde ich rausgeschmissen und das sind Absichtlichkeiten, Bösartigkeiten, die auch vermeintbar werden. Das habe ich in meinem letzten Video, das gerade gespeichert wird. Speichere ich das ab. Hier, da habe ich davon erzählt. Ach man, verdammt, jetzt vermischt sich gerade das Video, das ich gerade Kontrollen geguckt habe und geschnitten. Ja, ich muss hier wieder einen Hilfeaufruf machen. Ich komme nicht drum rum. Jetzt bin ich zu Hause davon. Das ist noch gar nicht lang her. Vor einer Stunde habe ich das gedreht und weilt. Jetzt habe ich es gerade geschnitten. Jetzt lade ich das hoch und versuche, habe durch den Ton durch, der eigentlich so laut ist. Und das ist eigentlich noch leiser. Das geht mal an, mal aus, mal gut, mal nicht. Die Lüfter, ich hoffe, das hält noch möglichst lange durch. Ich muss auch gerade mal auf die Temperatur von Grafikkarte und CPU achten. Moment, das nehme ich mit. Das ist, glaube ich, soweit. Also Temperatur kontrolliere ich, aber ich brauche dringend neue Lüfter. Das kostet alles Geld. Das ist echt, es hängt an allen Ecken. Es gibt jemanden, der hilft mit einer Hose für den Winter jetzt. Oh nein, ich habe einen Fehler gemacht. Mist, ich bin so doof. Ich muss noch mal machen. Ah, Fehler, totaler Fehler. Oh, jetzt drücke ich auf Play. Das sehe ich hier. Ich bin nicht multitaskingfähig. Das funktioniert gerade nicht. Ich kann nicht so gut gucken. Filmspeichern, hochauflösen, Aufnahme. Ich bin noch bei HD. Ich habe keine andere Technik. Ich mache alles mit einfachen Mitteln. Und das hier ist auch Windows, wie heißt das? Movie Maker, Alter, von einem anderen System, uralt. Einfache Mittel. So, jetzt nochmal speichern. Das Problem ist, wenn ich dann irgendeinen Prozess neben dem Abspeichern nebenbei mache, habe ich oft Fehler im Video. Deswegen, ich habe gerade etwas geöffnet, was das verursacht hätte. Ja, das ist hier so meine Wohnung. Ich habe, glaube ich, genug gezeigt. Ich kann auch mal rumschwenken. Ich schäme mich für nichts. Hier sitze ich dann immer, wenn ihr in meinen Streams mich seht. Meine Orga, meine Struktur, die ich mir echt hart erkämpfen musste. Vor allem letztes. Und dieses Jahr habe ich das. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie oft ich die Strukturen von vorne angefangen habe und aus den Strukturen rausgerissen wurde. Nirgendwo hat man Rücksicht auf mich genommen. Hier so. Oh, ist das unscharf? Ups, ist das unscharf gegangen? Moment. Ist ja komisch. Ja, naja. Egal. Das sind so meine Sachen. Mein Bettchen. Ich habe auch nur eine Garnitur. Und da unten ist meine alte, schimmelige Matratze. Auf der musste ich super lange schlafen. Dann habe ich zum Glück zu verschenken am Straßenrand einige von, die tippitoppi war, bis auf einen Fleck von unten. Ein Geschenk des Himmels. Ja, das ist so mein... Hier seht ihr auch meine Seele. Ich habe noch Balkon dahinten und Küche. Das spare ich euch jetzt. Da bin ich noch nicht mit durch. Da bin ich noch nicht so weit, das zeigen zu können. Da bin ich noch schambehaftet. Aber ja, ich habe es bald geschafft. Und die letzten zwei Jahre, über zwei Jahre war es so schlimm. Mein Kühlschrank ist kaputt gegangen. Ich habe keinen Kühlschrank. Ich muss ohne Kühlschrank klarkommen. Ich will auch nie wieder so einen großen haben wollen, der ist gar nicht nötig. Ein kleiner reicht. Aber ich habe ständig Probleme mit Fruchtfliegen deswegen. Und ja, jetzt bin ich hier doch ein bisschen reingelaufen. Ich zeige euch das aber nicht. Das muss so nicht sein. Der Kühlschrank ist noch voll. Von vor über zwei Jahren. Weil ich ständig aus meinen Strukturen gerissen bin. Und in der Vergangenheit habe ich solche Sachen hingekriegt. Das ist halt, wenn du keine Ruhe kriegst, kein Schlaf, keine Rücksicht im Schrebergarten. Niemand nimmt Rücksicht und lässt dir Zeit, dich zu erholen. Das war das Problem, hier immer wieder rausgerissen zu werden. Ich habe mir das alles hart erkämpft, mich meine Psyche auszutricksen. Überall, alles was hinter ADHS steht, diese ganzen Mechanismen, Angststörungen und so. Ich habe das alles, ich bin da reingetaucht und wollte es verstehen, damit ich mich heilen kann. So. Und das mache ich immer. Aber irgendwie kommt von außen was, was da was gegen hat. Und da muss ich erst mal verstehen, das passiert alles für meine Heilung, dass sie gänzlich... Ach, irgendwann darf ich das erleben. Ich fühle das. Ich habe das letztes Jahr schon erleben dürfen. Deswegen, keine Angst, kein Ego. Das Schönste auf der Welt. Allerdings hatte das auch was mit einem Unfall zu tun. Und da sind noch Restmuster mir, Resttraumata, da darf ich noch durch. Und da ist es ganz viel oben drauf gekommen. Weil man mich nicht ernst genommen hat. Das darf ich verarbeiten, das macht mich schwer, dass mein Körper... Also ich meine, ich laufe hier rum mit totaler Frische. Ja, das ist so meine Energie. Aber mein Körper sollte mal zwei, drei Tage durchperren. Da stehe ich körperlich am Limit. Es darf nicht mehr kommen, noch ein Einschlag. Ich brauche einen Gehstock. Da bin ich. Das war schon gestern fast soweit. Und heute fühlt sich das eigentlich auch nach Gehstock an. Würde ich nicht diese Willenspower, diese Video erstellen, was ich noch unbedingt machen muss. Und Sachen regeln und Nachrichtenaustausch über Handy. Das zieht mir so viel Kraft. Briefe schreiben diese Woche. Die Briefe da kriegen diese scharfen Schwerte. Das war einfach zu viel. Für meine Seele. Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen Geld für... Ich weiß gar nicht, 30 Euro oder so ungefähr. Ein bisschen drüber. Vielleicht auch ein bisschen weniger. Noch 10 Euro auf PayPal. Nutze ich noch für Datenvolumen, Upload, solche Sachen, Livestream. Meine Absicht ist es, positive Livestreams zu machen. Aber das war nicht so ganz möglich in der Vergangenheit. Ich bemühe mich, dass es wieder gute Energien kriegt. Damit wir gemeinsam eine schöne Zeit haben können. Aber das hatten wir auch ganz oft schon in letzter Zeit. Bleibt mir nicht mehr zu sagen an dieser Stelle. Ach, dieses Huawei P30 Pro, das haben mir echt gute Dienste geleistet. Echt Hammer, ey. Ich hoffe, das hält noch eine Weile durch. Ich hoffe, die Kamera war jetzt nicht dreckig. Ich fette mir mal so auf. Achso, hier gibt es noch einen kleinen Flur. Also in der Küche war ich, in meinem Schlaf-Wohnzimmer. Da ist noch Balkon, das kann ich euch zeigen. Da, der wartet auch auf Liebe. Da liegen noch, also hier habe ich schon ganz viel Müll weggetragen, aber ich kann ihn immer noch nicht begehen. Ich habe so viel Pflanzen und Ernten verloren. Muss mir alles zukaufen. Alles kostet Geld. Ich bitte weiterhin, um Hilfe, mich zu unterstützen. Ich weiß nicht, ob bis hierhin Spenden oder mich irgendwer erhört hat, mir zu helfen. Aber das kann ich jetzt noch nicht wissen. Aber sollte sich was ändern, rühre ich mich natürlich, weil mir das ganz viel Last von den Schultern nimmt. Ganz, ganz, ganz viel. Und ich hoffe, irgendwann ist das alles überstanden. Ah, ich war noch nicht ganz fertig. Ich habe hier noch, Moment, hier habe ich noch die Briefe hier, den riesen Karton voll und alles hier ist noch. Es sind so viele ungeöffnete Briefe. Ich konnte nichts mehr. Nach diesem ganzen Kram konnte ich nirgendwo mehr Briefe öffnen. Das ist echt der Horror. Außer private schöne Briefe, die mir jemand schreibt. Sehr selten erfahre ich. Ich würde mich freuen, wenn mich irgendwas erreichen könnte. Aber das ist etwas, das ist ein Wunsch in mir. Der wurde gerade zu groß. Das war mein Ego. Hier, das ist mein Flur. Also ich habe so viele Wehwehchen, Steckdosen sind kaputt. Hier, ich muss immer mit dem Dings hier, muss ich immer mein Badezimmer an- und ausmachen. Mein Abfluss ist verstopft. Ich bräuchte einen Rohrreiniger, kann ich mir alles nicht leisten. Ich bin jeden Tag am Pfff, mit dem Ding da unten bei. Hab alles Mögliche versucht, das geht hier schon jahrelang so. In allen Ecken und Enden fehlt was. Aber dank Hilfe und Spenden habe ich definitiv ein behindertengerechtes Leben und habe aus dem, was ich mache, das Maximum gemacht. Und ich brauche keinen Luxus. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich brauche nur Hilfe, um wirklich durch den Monat zu kommen. Einmal für die Lebenskraft und für die Seele, für den Körper und die Seele, das wollte ich sagen. Und der Geist braucht halt auch was. Und ja, Essstörungen. Ich habe das alles transparent geteilt. Bitte schaut euch die Videos an. Ich kann das nicht wiederholen. Ihr möchtet, das ist ja auch, das ist alles gesagt in dieser Hinsicht und sollte mich noch was malträtieren, kommt das irgendwann von alleine raus. Ja, so ich mache es mir jetzt schön. Ich habe jetzt gleich den Upload noch. Jetzt habe ich Pause, jetzt kann ich den Körper schonen. Ich muss erst mal raus, um alles zu verdauen und zu verarbeiten. Ich habe morgens immer diese posttraumatische Belastungsstörungsfaden. Nach dem Schlaf ist es am schlimmsten. Das ist kaum aushaltbar mit meiner Seele. Und dann dauert das einen Tag. Ich meine, jetzt haben wir wie viel Uhr? 15.31 Uhr. Jeder Tag ist zwar anders, aber das erlebe ich sehr oft in meinem Leben. Ja, ich darf mich immer noch erholen. Mein Körpersitz irgendwie, ich weiß nicht, wie heißt das? Das Neuroadrenalin oder so, das schüttelt der Körper aus, damit der Körper funktioniert. Aber der Körper ist weit drüber. Wenn ich mit dem ganzen Stress hier fertig bin, will ich nur noch aus Husum raus. Ich hoffe, mich erreicht Geld. Ich habe selber ein Ticket schon zum Verreisen. Es ist super wichtig, dass ich diese Zeit überstehe, diese raus aus Husum, weg von diesen Energien. Und kaum bin ich raus aus Husum, irgendwo anders sind die auch weg. Unfassbar. Ich war im Braunschleuch, das ist ein ganz anderes Leben. So. 96 Prozent. 96, sehr witzig. Ach ja. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ich kann nicht mehr. Ich bin so platt. Also, mein Gast ist fast alle. Ich hoffe, man erhört mich. Ich kann nicht mehr. Du bist fertig. Danke. Probe gucken brauche ich nicht. Habe ich gerade schon als Upload-Beschriftung veröffentlicht. Einfach raus. Ich führe Ruhe. Heute ist Freitag. Heute ist Liebe. Selbstliebe angesagt. Und Selbstliebe, da habe ich noch einiges zu tun mit meinem Seelen, Seelenfrieden, Frieden, dass ich den finde. Aber da liegt noch voll einiges vor mir. Alles passiert für uns. Sorry, Schiegel. Ich kann nicht mehr. Mehr ist so. Ich habe, weißt du, ich kaufe immer Sachen. Ich schaffe es nicht zu kochen. Ich habe hier Pilze und Quark habe ich genommen statt Sahne. Und Waffeln und so ein Kräuterding. Ach, das könnte ich in den Ofen haben. als Appetitanreger. Und dann könnte ich nachher vielleicht kochen. Aber ich habe die letzte, ich habe viel zu wenig. Mein Körper nimmt ab. Das merke ich jetzt halt. Aber es ist auch ein Gift und ist gut. Dennoch fehlt mir das Geld für ordentliche Nahrung. Ich hoffe, ihr helft mir. Mir fehlt genauso das Geld für mein medizinisches Cannabis. Ich hoffe, ihr helft mir. Das ist wegen dem, was hinter meiner Behinderung steht und da noch zugekommen ist. Und alles, was all die Jahre gefehlt hat. Und ich konnte auch mit Hilfe nicht in Umstände kommen, dass ich heute behindertengerecht versorgt bin. Das hat alles gesundheitliche Gründe. Und das andere, finanzielle, ist für jeden nachvollziehbar. Schaut in die Supermärkte. Wer soll das denn überleben? Es gibt so viele Bürgergeldler, die Hilfe brauchen. Also ich mit meiner Essstörung habe da echt ein extremes finanzielles Handicap plus posttraumatische Belastungsstörung. Mir hilft das Cannabis. Das ist unfassbar. Öffnend, heilend, durchlaufend lassen. Das ist so heilsam. Ich habe nur gute Erfahrungen gemacht auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite weiß ich, so wie es auch im Namen steckt, Ken Abbas, also Abgrund. Man kann, wie sagt man, Absturz haben. Habe ich auch alles erlebt. Habe ich genug Erfahrung. Aber das Haben und also das, ich bin unfassbar dankbar, dass es die Umstände jetzt so sind, egal wie viel ich da rumgemeckert habe. Da gibt es so viele Fettnäpfchen, in die man treten kann. Man hat das Gefühl, man macht die ganze Zeit was verkehrt mit diesen Gesetzen, die es gibt. Aber ich darf sehr viel erkennen, was mir im Leben hilft. Ich meine, ich habe jetzt für meine Diagnosen, die ich da beim Arzt angegeben habe, Cannabis verschrieben gekriegt. Und das Ganze kostet Geld. Und ich habe den Weg vor mir, dass ich das natürlich irgendwann nicht mehr brauchen will. Also das ist aus meinem Leben verschwindet. Ich durfte das letztes Jahr schon erfahren. Ich habe mich komplett frei gemacht. Kein Tabak mehr, kein Zucker mehr. Es ging von alleine weg, weil ich mein Traumata in mir aufgelöst habe. Dann kamen noch die Unfallumstände, Gedächtnisausfall, Sprachzinnung. Das ist alles so ein Mix. Und dann hatte ich das Glück, schon ohne Angst und Ego durch die Welt zu gehen. Ich weiß, wie das ist. Darf ich wieder hin? Leute, darf ich wieder hin? Ja, so jetzt fülle ich ein bisschen den Faden. Und das Video schreit, veröffentlicht zu werden. Ich brauche dringend Hilfe. Ich hoffe, ihr helft mir. Dieses Video schiebe ich zeitnah nach. Genau, das schneide ich gleich als nächstes beim Upload. Vielleicht sehen wir uns noch im Livestream und ansonsten hoffe ich, dass ich bald das machen kann, was ich gesagt habe. Ruhe finden. Ich schmeiße jetzt nochmal diesen Kräutertal auf Basis von Brokkoli. Aber gut, das passt zum anderen Thema. Mir gleich mal im Backofen, dass ich was Festes, Warmes esse. Ich weiß gar nicht, wie ich das letzte Mal was Warmes gegessen habe. Ich habe jetzt hier auch noch ein günstig Brokkoli da. Ich habe noch Pilze da. Und ich habe Quark da. Und dann wollte ich mir mit Reißen gerecht machen. Das war so der Plan. Achso, das Gebrumme höre ich nicht. Ich hoffe, das war nicht zu laut und ihr kommt damit zurecht. Das sind meine Umstände, in denen ich lebe. Mein Teil... Ist ja gut, wir haben es gleich geschafft. Ja, du kriegst bald wieder deine Pause. Und ich hoffe, in kurzer Zeit auch deine Lüfter. Also es wird davon abhängen, wie weit ich und lange ich hier noch weitermachen kann. Also wer mich da unterstützen will, auch immer gerne. Mein Geld ist immer in die Dinge da auch gewandert. Die Schuld auch jemand noch ganz viel Geld für das Notebook. Oder an sich nicht, nur ich möchte ihm trotzdem das Geld dafür geben. Ja, so sieht das aus. Jetzt nervt es wahrscheinlich. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ich glaube, das wird euch noch erreichen vorher. Et voilà. Ich bin raus. Bleibt im Licht und der Liebe. Bleibt mir da nur zu sagen. Bis dann. Ach, da hinten sind übrigens meine Pflänzchen. Ich versuche, das natürlich aufzufallen. Ups. Pass auf der Brokkoli, Zwiebel. Habt ihr vielleicht schon gesehen. Aber es reicht nicht. Ich habe für fünf Monate zehn Gramm rausgekriegt. Jetzt, ich habe Westfenster, ich habe keine Lampe, ich habe auch nicht das Geld für die ganzen Sachen. Ich kann dann keine Samen bestellen. Hier stehen nur zwei Pflanzen, weil ich mir den Samen nicht leisten kann. All diese Sachen. Ich würde das gerne selber machen mit Lampe und spare ohne Ende Geld. Nur da muss man erst mal hinkommen. So klappt das nicht ganz so. Aber hier steckt ganz viel Liebe drin und ich bin überrascht, wie viel diese Pflanze gerade trägt. Das lässt hoffen. Dadurch kann ich Geld sparen. Ich will das natürlich selber machen. Aber ich habe weder Geld, noch Raum, noch Energie, bisher das alles umzusetzen. Das fehlt an allen Ecken und Enden und ich bin mit allem dabei, was ich einbringen kann. Und der Rest ist einfach unausweichlich. So, es wird laut. Ich bin raus. Und weg. Amen.